was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge china bridge of spirits so wir machen jetzt heute wo wir jetzt mal stehen geblieben sind ich ich denke hier kommt ein boss aber ich weiß es nicht deswegen haben wir vorher einen cut gemacht ah fuck naja alles klar ich wusste es doch mal gucken wir haben bogen auf verhältsthaft diese gelben dinge verschießen können weil er macht ja richtig spaß oh mein gott Ah, fuck it, Alter. Boah, klar. Ey, scheiße. Ja, das war's. Ich hatte keine Rots mehr, beziehungsweise ich war da nicht. Ach, herrje. Naja. Einen Fail darf man da haben. Fail Nikowski. Ich muss, glaube ich, mehr mit den Pfeilen arbeiten. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal sehen. Jetzt kommen die wieder. Ja. Wichtig, kein, nichts abgezogen bekommen. Ja, drei von diesen Punkten. Wie halte ich die denn am besten? Ja. Das war's. Digga, du gehst mir richtig auf den Keks. Ja, okay, wir sehen uns gleich wieder. So, wir versuchen es noch mal ganz. Versucht macht klug. Ja, leider gute Dinge sind ja drei meistens. Schön, dass er da gewartet hat auf mich. So, mein lieber Freund, jetzt gibt's aufs Maul. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Komm schon. Gieris, ist der Gieris. Komm. Oh, Gott sei Dank. Oh, mein Gott. Ich hab gedacht, er lebt trotzdem noch. Huh. Nice. Haben wir's? Oh, sieht der schön aus. Oh, ein Messer? Kriegen wir jetzt ein Messer? Oh. Ich habe das Knife für Taro, als er ein Junge war. Das hoffe ich auch. Okay. Taro's Messer. Taro's Messer. Oh, Essen für alle hier. Es gab noch was für mich. Wo muss ich denn jetzt ranken? Wo muss ich denn jetzt ranken? Ja, oder? Ja. Ja. So, Tsioko. Gehen. Was ist das? Was ist das? Okay. 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 Was soll man das? LOL! Jetzt können sie essen. Das ist ja cool. Oh, noch einer versteckt. Hallöchen! Oh. 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 Da müssen wir wohl Zug laufen, oder? Ich weiß es nicht. Wie komme ich denn in den Wald hinein? Was müssen wir denn hier irgendwo entlang gehen? Zu weit von einem Warp entfernt. Okay, hier können wir auch nur warpen, da kommen wir nicht mehr entlang. Falsche Richtung auf jeden Fall, man sieht es einfach nicht, das ist ein bisschen schlecht gemacht. Ich laufe falsch rum, man kennt es. Weil das wäre die falsche Richtung. Hier geht es aber auch ähnlich entlang. Hier wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wir werden es herausfinden. Hier hat der Joypad kurzzeitig vibriert. Da dachte ich, hier wird irgendwas entlang gehen. Hallo. Könnte sein, dass das der Weg ist. Hier geht es aber nicht hoch. Dann suchen wir mal. Auf jeden Fall rechts halten. Ab und zu macht mein Pet. Aber vielleicht das hier? Okay. Unsere Armee wird größer. continuую Weißen ist denn hier entlang vielleicht I don't know hir ist verderbnis, h i ist n Punkt um Taro zu beschwören ja und wo? ja wir werden ihn sehen vielleicht hier einklang okay hier folgen wir gar nichts hier geht es nicht entlang da ist Ende merkwürdige Passage hier ist ein Hutwagen aber dann ist hier auch Ende okay hier ist eine komplette Sackgasse naja okay liebe Leute das machen wir dann beim nächsten Mal und ja vielen vielen Dank wieder fürs Zuschalten es hat Spaß gemacht bis zur nächsten Folge hier 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017